wie wie ist dein Auto? äh, TAUSCHERBEN 16 willkommen, du hast einen Urherz zu mir wehe, der überfährt mich gegen Karschel, deutlich ja, der, der fährt genau auf mich zu ist gut sind wir vorbei? Ach, die Zone ist ein gutes Stück weiter. Mann, warum bereich ich nicht auf dem Container? Fang ihn auf mich. Was haben die für Waffen und so? MP20. Überlebt es! Oh, ich hab äh, brauchte Unterstützung. Ne, ne. Also ich hab zwei getötet, da waren vier. Oh, bei mir liegt ne Nate! Eieiei. Alles gut? Ich hab einen getötet von denen. Dann lebt nur einer. Ja, bei mir. Ich wollt's schon sagen, Alter, der hatte nen Headshot des Todes. Ich wollt den eigentlich. Perfekt. Perfekt, Leute. Perfekt. Guck mal. Guck mal, äh. Ah. Man kann durch das Gebäude durch. Wie durch? Durch diese kleinen Hütten kann man durchfahren. Was? Ja, durch diese kaputten Hütten kann man durchfahren. Durch die Holzhütten. Aber nur durch, nur durch die, die schon... Nee, früher waren, die waren früher alle aus Holz. Jetzt gibt's welche aus Stein und aus Holz. Kannst du dir aussuchen. Ich war da jetzt durch den Weg. Du lügst mich an. Oh scheiße, ich bin ausgeschieden. Ich muss gerätzt werden. Sorry. Ich hab das schon verstanden. Ich hab das ja ein bisschen mit Anfängern zu tun, oder was? Äh, kl- Ja, was? Ja, was? Alex, nicht über den drüberfahren. Wart ich nicht vor. Ich hab keine Ahnung. Fust oder so. Hallöle. wie geht sie denn heute so soll ich lieber eine Sanitäts-Tasche benutzen oder einen First Aid und einen Red Bull ich hab den nicht gebraucht ja gut, die sind 10-Tasche, würde ich vielleicht für später aufbewahren weil später kann die echt fangen zu nutzen sein nehmen wir einen oder zwei Fahrzeugen Chris, komm rein äh, Hauptsache wir nehmen irgendeins, weil die Zone kommt ok 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 ja ich find das andere aber schön ACHTUNG! Großgrösser-Tax-Mobbs-Geschwindigkeit ACHTUNG! Zone wehe, ich werd davon verriert ich nehm mal schauen aneinander schnell, Auto wechseln was? nein ja, wie ist das denn auch? ich soll nicht mal den Klappenschießen hey das heißt wir machen wir machen keinen, keinen Fasten-Fuse-Style hier ich würde so gerne mal schießen Kurs, du bist bei Rot? hey, da Schuss ja, von Frau Leggen wo wollen wir hin? einfach in die Mitte ich steh' erst mit Venedig nee wir fahren jetzt noch weiter, ja ihr, ihr sagt an ich hab' auf grünen, grünen Anfangrichtung bitte grünen, oder? einfach die Straße einfach die Straße einfach die Straße offroad längst Schurz auf uns schieß einfach mal zurück sauber, sauber, schön unterdrückt gegen den Berg ich hab ultra die Driving-Skills unser Tank ist leer ja ja, ich umsteigen, umsteigen ey Mädels dankeschön vor uns, vor uns, vor uns links in der Hütte auf und auf dem Feld da läuft ein Laufen auf dem Feld ne, in den sich ja, der ist auf andern wo ist das für mich nicht? links, links auf der Straße links auf der Straße links auf der Straße links, warum drehst du dich? da ja, Chris links weil der vor uns ist was für links auf, hier äh, Chris ich bin jetzt ein Fahrt im Nachthör jetzt fahren hier, wenn wir fahren da lass mal abhauen hier bitte ja, ja und auf dem Weg nicht ich hab einen überfahren fang hier rechts rein, bitte na echt, ist das sicher wir können auch den Marken nicht machen der ist besser der andere Auto vor uns Auto ist ja doof hallo der ist doch behindert ey er hat schnell gemerkt dass das ein Fehler war oh ich wusste nicht aber ich hab einen überfahren fangen die zu uns? hoffentlich ja, die laufen da ey, den geb ich jetzt ein dem Bixer wo Headshots ich sehe es nicht sag mal an mit der Richtung ähm, Nordwesten ach da äh, das ist noch einer das ist noch einer oh fuck, da ist noch einer irgendwo beim Loot hab einen ja, beim Auto ist noch einer bei uns am? ne, bei den Autos da hinten bei Richtung Nordwesten Alter, krabbelt da halt noch bei 200 äh, bei 300 circa Nordwesten ich sehe da kein Wagen hast du noch einen Scope das nehmen? äh, ne, leider nicht ja, du musst noch von hinten auch einen Airdrop der Airdrop ist wohl glaub ich noch nicht ja, immer noch mein Auto im Nordwesten der rennt weg ach da oh man der ist tot er ist tot yay, kill ach so warte mal, ich hab kill, oder? der war instant down, oder? äh, ne er war noch verletzt also ausgenockt er war verletzt ich hab noch einen ich baite äh, Standball was Standball ich wer ihn getötet hat ja, der ist direkt links vorsichtig in der Kuhle bei dir der lane jetzt links irgendwo also wer ihn ausgenockt hat kriegt quasi den kill auch wenn der andere dann den mit ihn umbringt ja echt? ja das gibt es nicht steht bei mir einfach nur du hast den kill gekriegt ihr achtet auf mich, ne? ja, der andere Kollege ist bei dir äh, da bei den Hütten der zum Haus wir sind noch welche bei Westen so ok, was ist drin? äh, nichts echt jetzt? ja Rucksackstufe 2 jetzt ist das 8-fach bei allen nennen auch der hat ne also hier liegt ne M16 hier liegt ne M16 mit Munition wenn die jemanden haben möchte er braucht ihr noch 7-6 ja, er braucht ihr noch 7-6 zwei Moni? ja nein, du nicht ja, relativ ich hab noch 7-6-2 Moni, aber ich hab keine 7-6-2 ja, dann gib äh, die Spieler auf Richtung 2-25 die kennen äh, zwei Spieler am besten zwei Spieler am besten laufen Richtung nein, du nimmst die Waffe jetzt nicht hab ich dann nimm doch die Maschinenpistole was will ich mit der? wir haben, für die haben wir mehr Munition geh zähl was hast du gerade gesagt? aber warte, in welche Richtung kommen die? äh, sie sind Richtung Südwesten gelaufen so quer rüber so von Westen außen nach Südwesten sind die da im Hügel so ungefähr bei dem großen Gebäude wo der Stern drauf ist ungefähr da zwei Spieler mindestens wir müssen halt wieder in die Zone, ne? warte mal, ich lehne noch eine von uns ja, wir müssen jetzt echt noch so weit in die Zone ähm fährst du rückwärts, oder? bäst du rückwärts. fahrt wir schon mal die Zone, oder? wir haben, wir sind beschossen schlag in, schlag in aus dem Haus aber du hast mich überfahren bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen du hast mich überfahren nein, hab ich nicht, hab dich nicht überfahren doch hast du du wurdest durch einen Kopfschuss ausgenockt du hast mich angefahren du wurdest durch einen Kopfschuss ausgenockt nein danach wurde ich mich angefahren und du hast mir voll viel fahren mit dem Auto gemacht du hast mich halt echt angefahren, ne? er ist da und kommt ich hab ja ich dachte du steigst halt ein ja du bist nach hinten gerollt ja ich bin nicht gut beschissen ich kann ja und steben wenn wir nicht schießen können Kaffeltaus als er nie über mich drüber fahren fahr lieber gerade aus der hat direkt, links, südosten und rechts neben uns ach man zu mir leid aber fahr rechts, fahr bloß rechts neben uns die Zone rein und dann laufen wir ein kleines Stück wegen Deckung nach vorne halte ich gleich wir gucken sie laufen Richtung Osten gerade mhm die nächste Zone ist hier bei uns aus auch zu scheiße ah keine ahnung von wo zu weit weg ich krieg diese nicht äh Südosten ungefähr, sie laufen dann nach zurück da wird geschossen einmal hit zweimal hit dann wird der ausgenockt au wir haben hier noch mal einen hinter uns glaube ich helfen das ist ein gutes Stück weit weg von uns sollte es vielleicht nach Konvektion wir hatten Headshot gekriegt der eine von denen ich hab zwei Leute ausgenockt einen getötet ich weiß nicht wo der andere ist, der andere ist irgendwo ah der eine ist äh der und ihr da und zweiter ist auch tot ok da ist gar keinen mehr der eine ja die sind alle down ähm hier oben auf dem Berg sind welche ähm Süden hast du noch einen Energydrink oder so ich hab äh tatsächlich noch einen ja kann ich ihn bitte haben oder brauchst du selber liegt danke natürlich musst du wieder genau am Ende hin zu sein äh spieler bei 100 ne bei 200 ungefähr Gras hab ich da so ein bisschen gesehen ja glaub Kai ne ich gucke aber ich weiß nicht ob wir das machen aber sag mir ein bisschen Schuss äh äh nicht zu uns recht weit weg ja ich hab einen vier vier jetzt gegeben wurde jetzt nicht gestorben aber die Weste und so ist Schrott ähm 255 und hier aus ja von euch aus 255 ne Schätzelein ja können wir nicht sehen ist der Google beziehungsweise dahinter guck du weiter rechts guck weiter links äh Alex ich soll rechts ja rechts guck mein ich oh warte mal ich stecke mir gegen äh ich hab einen Spieler Chris der ist bei 300 knapp am Baum ja wir müssen aber weiter rechts weiter rechts in die Zone ja passt immer noch ähm Südosten auf ja aber rechts ist auch einer Westen so ja ich weiß wir hätten uns gleich in den Rücken rein vielleicht hab mir noch seine Augen verloren fuck ich hab echt keine Zeit dafür die Leute die Leute die jetzt in der Zone sind haben echt Vorteil ohne Ende links neben uns auf der Straße ja ausgenockt ja das ist noch einer oder noch einer noch einer oben links ja ist tot ist tot kannst du mich holen schnell ne kannst du nicht lauf 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 lass mich lass mich lauf ok bringt nix ok bringt nix will denn sowas von drauf gehen weil wir nicht in der Zone sind also als Neuerkognitive so zu sagen ja Leckstandweg ich kann euch ein bisschen Deckung außerhalb geben halt also Sichtfeld geben ja ähm am besten seh ich aber nix außerhalb ja nein es ist halt mega ungünstig mit der Zone wir müssen den Anrag mich grad rein rein wir müssen auf jeden Fall rechts bleiben glaubt mir an den Bäumen in die Zone ja die sind jetzt direkt vor euch irgendwo ne ja ja Vorsicht das ist ja das Problem 16 noch am Leben alles klar wo sollen die denn sein da wo die Smog ist da kommen jetzt welche hoch ja da am Haus halt ja 210 bei den Häusern aber wartet noch ja ja ich hatte im Gebäude hab einen 2 Hits 3 Hits ja ich hab ihn auch einmal geredet pass auf die jetzt neben euch auf besser habt ihr gesehen neben euch direkt an den Bäumen doch da da unten meinst du nein Monkey da vor dir an den Häusern an den Bäumen das sind auch welche nicht der ist da rumgerannt ach da jetzt äh bei 320 oder sowas sag mal warum beim Jeep hm ey ich muss mal halt Auto machen das geht ja gar nicht klar zwei Parteien dort äh zwei Spieler noch nehm den Rechten nehm den Rechten gebt dem Headshot jetzt perfekten Headshot rechts am Auto so rechts am Auto hab einen ausgenockt hab einen ausgenockt ab ab da ist noch einer oben ah fuck der hat gut getroffen ich hab ihn aber auch erleichtert hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ah das ist risky im gib dem Medic gib dem Medic ohne Ende hab leider nicht so viel kannst du zu ihm robben hier der andere ja ja ich doch bleib zu ihm sofort 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 ah warum nicht klappt das es wird sowas von Jeep es klappt schon die Smokey ist kacke die geht in die andere Richtung ja ah schade der hat leider das Rollstuhl jetzt ist Platz 2 das war nur ein Team 10 noch hm wie viele Kills habt ihr? 3 3 ja aber wie viele Spieler waren überhaupt noch da ich komm noch 3 Spieler wie viel hattest du? 10 10 10 Kills? ne aber ähm Kills tut mir echt leid dass ich überfahren habe es ist zwar es ist halt es ist halt nichts also es ist an mir vorbei ich dachte ich wärs halt neben mir und nicht ähm hinter mir und er wurde echt beschossen und wollte ich halt schnell weg ja aber besonders zum Schluss jetzt lief es eigentlich ganz gut ja wo er weg war ne ha 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 ja 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 Vielen Dank.